Hallihallo! Hier ist wieder euer Darth Steffen Sockt zu einem neuen Unboxing-Video von Dweckens, beziehungsweise, da haben sie leicht gemacht Sachen und ja, erstmal möchte ich mich, möchte ich die liebe Laura grüßen, von der ich die Sachen gekauft habe, also liebe Grüße an die Laura, Hi, und ja, schauen wir mal, was die liebe Laura mit eingepackt hat, ich weiß es ja schon, aber ihr nicht, also holen wir mal das Geld nach draußen, manchmal so, dass man es nicht gleichzieht, um euch nicht zu ärgern, und ja, was haben wir hier, oh, hat er als erstes eine DVD, die sich hier gelöst hat, und rumkolort in der Schachtel, auch nicht schlimm, und zwar, Dreamworks Drachen, ein Geschenk von Nachtschatten, das ist sehr schön, ist jetzt zwar auf Weihnachten basierend, aber kann man sich auch manchmal einfach so angucken, einfach, wenn man mal Bock drauf hat, dann muss man nicht unbedingt auf Weihnachten festhalten, Alter, das ist nicht los, hier, ich habe voll nicht zitrisch, jetzt würde ich ein schöner, kleiner, kurzfühlen, dann habe ich von der lieben Laura, natürlich noch, ganz viele Zweckensammelkarten bekommen, auch sehr gut verpackt, sehr schön gemacht, Laura, da konnten Sie sicherlich keine einzige Karte rausfalten, jetzt gibt es Gelbeband aber eine Hand fest, die hat meine Hand gekillt von Gelbeband, so, naja, da holst du mal, so ein Stoß, raus, in den Karten, ach, ich rieche da immer so gerne daran, ich weiß auch nicht warum, fangen wir einfach mal an, Astrid, und der Sturmpfeil, nochmal Astrid und der Sturmpfeil, das ist eine Doppelte, die doppelten Karten werde ich, für Gewinnspieler aufheben, und beziehungsweise auch verkaufen, wenn ich mir selbst auch nochmal solche Karten kaufe, um das zu vervollständigen, werden ja immer wieder Doppelte vorkommen, ein Teil davon, wenn es wirklich mehrere Doppelte sind, werde ich, als Gewinnspiel verlosen, beziehungsweise weiterverkaufen, na, für einen fairen Preis, und für so eine Karte, kann man, gutes 10 Cent verlangen, wenn nicht mehr, wenn man unfair ist, aber ich habe sie auch, äh, pro Stück 10 Cent bezahlt, also, würde ich, wenn da, Doppelte vorkommen würden, auch 10 Cent, dafür verlangt, wenn ich sie weiterverkaufen würde, wenn ich, äh, jede Menge Doppelte hätte, wie hier, oder doppelt, wie ihr seht, das lässt sich einlegen, ein Bibelkonkel, weil ich werde dann wahrscheinlich, durch Doppelte Karten, für Gewinnspiele nutzen, weil dafür kann man das eigentlich, sehr gut nutzen, um die, bei Gewinnspielen, einfach mal zu verlosen, und ich habe eben mal, äh, geplant, bei, äh, Trackens, für Trackens, solche Sachen, ähm, halt auch mal sowas zu machen, solche, äh, äh, Gewinnspiele, was ich ja bei der lieben Laura abgeschaut habe, so, so sagen, hier ist eine Ruppelkarte, und ja, da werde ich das wahrscheinlich auch so machen, wenn ich genug Karten habe, dass ich, äh, drei Plätze mache, also Platz 1, 2 und 3, und, ja, dann halt hoffen, dass genug Leute mitmachen, bei dem Gewinnspiel, und alle, die das Video gerade anschauen, wenn jetzt halt dann on ist, als kleine Info, ich mache das nur in Deutschland, ich werde nichts ins Ausland verschicken oder so, das wird halt dann, landintern sein, das Gewinnspiel, aber das wäre dann, wenn ich das Gewinnspiel mache, oder machen sollte, werde ich jetzt das zuschreiben, dass alle Bescheid wissen, und ich denke mal, ich, oh, warte mal, ich muss jetzt anders reden, werde ich von diesem Video auch zwei Teile machen, weil es sind sehr viele Karten, kann es nicht alles in einem Video zeigen, weil ich, das Video auch nicht zu lange machen möchte, da ist ein Zweiteiler machen, bei solcher Anwachsend Videos, sollte man nicht zu lange in die Länge ziehen, bis jetzt gefallen mir die Karten sehr gut, muss ich sagen, ich mache solche Glanzkarten, die so glänzen, sehr schön, da eine Alphadrache, da natürlich keiner mehr ist, ah, die sind doppelt, okay, zur Verlosung freigegeben, so, und hier eine noch, gut, das war nächste, Stabel, werde ich noch, einen machen, eine Stabel, und da sind wir auch schon bei gut 10 Minuten, und länger möchte ich ja solche Videos auch nicht unbedingt machen, bei 10 Minuten, so, wartet, und hier kommen die nächsten, ich kann euch jetzt zwar zu den Karten immer die Nummer noch zeigen, aber, das wird, bisschen viel Zeit beanspruchen, das möchte ich dann ungern machen, okay, die ist auch doppelt, aber, ich glaube solche großen Karten, also, die zu den großen Karten-Dings gehören, na, werde ich, äh, zu Verkauf stellen, weil das Gewinn, nur beim Gewinnspiel nicht viel, solche Karten, die werde ich dann zu Verkauf stellen, verkaufen, wenn ich genug zusammen habe, und es sich lohnt, und ja, wie gesagt, ich finde die Karten bis jetzt schon sehr gut, und sehr schön, kann man echt nichts sagen, sehr viele Fischbeinbilder, gerade, boah, hier ist jetzt ein riesen Bild, aller Schwede, da fällt mir doch verschreckt von Stuhl, haha, echt krass, und ja, dann, mir liebe Laura, das sind echt schöne Sticker, die gefallen mir echt supergut, und, die kann ich dann ja mal bei Gelegenheit dann auch gleich rein tun, das Album, so, hier die letzte, die letzte für dieses Video, ähm, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat, und, die Karten auch, wie gesagt, die doppelten Karten, so zu sagen, halt sowas hier, werde ich für Gewinnspiele nutzen, außer ich habe sie vielleicht zweifach doppelt, dann werde ich sie auch verkaufen, und, die Karten, bringen Gewinnspiele nicht viel, die werde ich, äh, dann halt, wenn ich, wie gesagt, genug zusammen habe, zum Verkauf stellen, 10 Cent je, ähm, Bild, und, die restlichen, werde ich euch im zweiten Teil zeigen, da es sonst zu lange werden würde, für einen Teil. Ich hoffe, dass euch das Video bisher, wieder gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es gefallen hat, auch wieder gerne eure Kommentare und Feedback, das würde mich sehr freuen, und wäre mir auch wichtig, euer Feedback, und ja, dann sage ich, bis gleich zum zweiten Teil, dieser, äh, Videoreihe, von dem Unboxing, sage nun, auf Wiedersehen, und möge das Drachenreiterblut mit euch sein. Euer, Darth Steffen Zockt, sagt Ciao und nochmal, vielen lieben Dank an die liebe Laura. Tschüss